Das ist Training! Das ist Training! Und damit einen guten Morgen, Leute. Ich komme zu dem heutigen Vlog. Heute geht es auf die Gamescom. Ich sehe aus wie ein Hobe zu holen. Es ist 5.49 Uhr. Ich habe vier Stunden geschlafen. Top Voraussetzung für den Tag. Heilige Scheiße, ich wusste ja schon, dass ich tot aussah. Aber dass ich so tot aussah, damit habe ich nicht gerechnet. Und Leute, als kleine Geheimkamera nehme ich nochmal diese GoPro mit. Keine Ahnung, ob die mir irgendwie nochmal was bringt. Aber ja, ich nehme sie mit. Nur so zur Information. Und ich habe eine Fliege auf der Linse. Geile Sache. So Leute, und mit der schnicken Dame gehen wir jetzt auch schon los. Aber ich habe keine Zeit, irgendwie eine kranke Mondschicht zu machen. Denn ich bin sau spät dran und muss jetzt ganz schnell los. Leute, jetzt erstmal tanken. Leute, Leute, es ist richtig assi am Regnen. Ich könnte kotzen, wieder einen Scheißtag erwischt. So Leute. Ich habe jetzt meinen Parkplatz gefunden. Das Ding ist halt nur, mir ist so unfassbar kalt. Es hat die ganze Zeit so unfassbar geschüttet. Ich kann die Kamera kaum gerade halten. Juhu. Ehremann von diesen Parkplätzen hat gesagt, ey, ich muss nicht zahlen. Ich kann mich einfach hier irgendwo in die Ecke sneaken. Und deswegen ist es heute alles ganz gut gelaufen. Problem ist nur, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Und der Stefan, also der von meinem Netzwerk, der mir eigentlich mal eine Karte geben sollte. Der ist jetzt schon drin. Und jetzt muss ich erst zum Osteingang. Und dann muss ich erstmal gucken, wann der Zeit hat. Weil der muss halt auch arbeiten. Und das heißt, ich muss wahrscheinlich ein bisschen Zeit vor der Gameskunft herbringen. Ja gut. Bisschen blöd gelaufen. Aber noch früher aufstehen wäre auch nicht gegangen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also Leute, nur so fürs Protokoll. Es ist extrem schwer, mit dem Scheißhelm in der Hand zu vloggen. Weil man einfach keine Hand frei hat. Das ist zum Kotzen. So Leute, ich bin jetzt auch schon auf den Stand angekommen. Der Nico hat mich gerade reingeholt. Hat mir ein schönes Ausstellerticket gegeben. Und das ist der Stand von Unique. Und von hier. Aus dieser Ecke werde ich später streamen. Aber das habt ihr wahrscheinlich ja schon gesehen, wenn ihr diesen Vlog seht. Ihr habt den Stream nicht gesehen. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? So Leute, jetzt kommt ihr hier weg zum Schwein. Dann seht ihr hier erstmal. Hier in die Ecke habe ich meinen Ranzen reingequetscht. Hier seht ihr Stefan. Fnipp. Fnipps Papa. Nico und Tim. Hier hat man dann noch eine super gute Verpflegung. Lecker Kaffee. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man sowas bedient, aber okay. Und belegte Brötchen. Und hier haben wir dann noch einen Kühlschrank. Mit ganz viel Alkohol bei mir. Mit ganz viel Alkohol bei mir. Und Leute, jetzt kommen wir hier zum ganzen Highlight. Und zwar ist das hier die Streaming-Ecke. Hier. 4K Kamera. Hier das ist die Facecam. Das ist die Belichtung. Und hier werde ich dann später streamen. Auf jeden Fall ganz fresh. Und jetzt gleich kommen noch Zombie und Cywalks. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und wir sehen uns dann später wieder. Der Zombie hat gerade gesagt, er hätte mich schon gesehen und er wusste auch, was ich anhabe. Jetzt muss ich mal gucken, wo der kleine Schlingel ist. Nein. Das ist gar nicht Zombie. Silas. Sind beide da. Ich habe das gar nicht erkannt. Grüß dich. Und wie war die Fahrt? 1A. Hat geschüttelt wie Scheiße. Echt jetzt? Ja. Also Leute, um das kurz zu erklären. Das hier ist Cywalks AK Silas. Hat 4 Videos von mir geschnitten, dann gekündigt. Der Hund? Sau. Das hier ist Zombie. Die Schönheit. Und Zombie macht ja jetzt mit mir den BusyTV-Kanal. Und er vor. Und er vor. Und Fila habe ich gestern nicht gebrochen. Nee, Mann. Ganz ab. Und du bist der Freund von Silas. Ja. Nun folgt eine erotische Aufnahme von Zombie Zockt. Alle unter 18-Jährige bitte sofort wegklicken. Sein. Das reicht. Warte, das war doch noch gar nicht erotisch. Das war doch noch gar nicht erotisch. Ehe. Leute, ich muss aber an dieser Stelle sagen, es ist mir viel zu voll, ich mag nicht so viele Menschen. Leute, wir machen jetzt die Sneaky Exessen-Taktik. Nein, Alter. 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 Ja, es ist geschafft. Piep. Also Leute, Tom Bssehen ist echt geil, aber man muss halt tausend Jahre anstehen und das fackt halt ab. So, Leute jetzt haben wir noch den guten Dago getroffen. Das ist der Dude, der vor diesem Dude die Championships gemacht hat. also guter designer und deswegen weil der designer ist hier können wir direkt mal anfangen wie viel ist dein ausschützwert? 0 0 0 1000 leute 1000 euro ich finde es geht gar nicht klar kauft euch die sachen by kick das ist nämlich sehr wichtig für die menschheit von kinder für kinder das ist die mode küsschen das ist ein sehr ziemlicher moment und leute die vom gaming kanal sollten ihn auch auf jeden fall kennen das ist Friant und für die die kein youtube verfolgen ihr solltet ihr vielleicht von Gomme die maps kennen ein paar von den hat er auch gemacht und ja der check mir jetzt höchstwahrscheinlich den premium plus rang was auf jeden fall schon ein fortschritt wäre ja das kriegen wir hin schaffen wir und ja mal gucken ob wir klaus thaler überzeugt bekommen an dieser stelle habe ich einen coolen abonnenten getroffen der wollte sein insta verlinken ich verstehe es aber in der aufnahme nicht mehr weil der moderator wie ein bekloppt ins mikrofon schreit leute so empfiehlt sich natürlich immer insta stories zu gucken macht auf jeden fall sinn die eine lustige story dieser junge mann wollte sich was zu essen holen und wollte draus nicht warten deswegen haben wir uns dann von Silas getrennt und wir sind jetzt hier auf eigener fauze unterwegs willst du dir hier was holen Und jetzt laufen, suchen wir hier schon bestimmt eine Viertelstunde, haben noch nicht einen Essenstand gefunden. Auf jeden Fall Taktiker. Vergessen. Fuck, man hat dich aufgenommen. Ah, meine hat dich aufgenommen. Du bist so ein Schwast. Das war's hier aber wirklich komplett. So Leute, wir haben jetzt gerade noch Trilo getroffen. Moin. Du bist hier mit deinem Kollegen. Mein Nachbar. Instagram? Instagram? Instagram, Donny. Das Ruh mit null. Ok, und du? Trilo und das Ruh. Und du? Mit VTV. BisitTV. YouTube. Abonniert uns alle auf Insta. Jetzt kommen die Outtakes. Nimm schon auf. Ja. Also hier um die Ecke. Warte. Ah, meine Beine von der Letzte. Von gestern. Scheiß, Rentner. Oh, meine Beine. Ich kann nie wieder aufstehen. Oh, Tommy, oh. Du hast voll dicker Oberschenkel. Das ist Training, ach das ist Training! Das ist aufgenommen! Nein! Warte, 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 warte! Wir machen, wir machen! Drei, zwei, eins! Noch einmal! Das war voll fest! Egal, Eier auf Stahl! Das war voll fest! Das war voll fest! Seinhat Dita Jibber